Also, das Schicksal hat euch ja quasi zusammengeführt. Könntet ihr euch vorstellen, wenn Erfolg bedeutet, dass ihr weiterhin einfach zusammenbleiben müsst, könntet ihr dann fürs Fernsehen für immer ein Paar bleiben? Könntet ihr euch das vorstellen? Ja, also grundsätzlich geht das, glaube ich, oder? Ja. Ich denke die ganze Zeit nur, wie gerne ich die kissen würde, wenn wir so angucken. Wirklich, ich möchte einfach, dass du nicht gehst. Ich möchte uns freuen. Ich hatte gar nicht so groß eine Meinung. Ich hatte einfach nur Bock, was wir eben machen. Und am Ende war es dann ja auch mein großes Glück. Ich hätte gerne alleine eine Sendung gemacht, aber das ging ja nicht. Und dann habe ich immer festgestellt, dass es viel besser, als mit Glück in der Welt zu machen, als alleine. Da wüsste ich jetzt nicht, wann ich niedlicher finde. Den Dich oder den Welpen, ne? Wir haben schon alles durchgemacht. Durch dick und dünn, durch hoch und tief sind wir gegangen. Wir haben richtig Glück gehabt, dass wir uns getroffen haben. Danke, Klaas. Danke, dass es dich gibt. Wir können Berge versetzen. Du und ich. Wenn man zusammenhält, dann kann man alles schaffen. Danke, Klaas, dass du mich bedingungslos liebst und bewunderst. Wenn ich angeht, bin ich mir einfach. Ich gehe zum ersten Mal. Ich gehe zum nächsten Mal. Vielen Dank.